Regionalfernsehen war gestern. Heute ist Michael TV. Das Video-Podcast-Portal im Internet. www.meichel.tv Metzgerei Fessler, Östringen. Schmackhaftes aus eigener Herstellung. Ab sofort auch auf dem Wochenmarkt in Schwetzingen. Metzgerei Fessler, Ihr Fleisch- und Wurstspezialist. Salnatura. Erleben Sie einen Tag in der Salzkrotte in Mannheim. Erholen wie an einem Tag am Meer. Salnatura. Mit allen Sinnen genießen. Ja, 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 Bindos. Immer mit der Ruhe. Ein alter Mann ist schließlich kein D-Zug. Und außerdem ist so ein Weihnachtsbaum eine sperrige Angelegenheit. Ach so, jetzt ich komme. So, ha ha, hier ist er schon. Ein selbstgebauter Weihnachtsbaum. Ist der schön geworden. Nee, bisschen windschief. Vielen Dank. Bindos, ich gehe in die Küche und bereite das Essen vor. Du könntest ja noch gemeinsam mit den Kindern den Vorhack zuziehen. Aber gemacht. Also dann, auf Wiedersehen, Kinder. Tschüss. Hau, 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 hau. Petterson, Findus, braucht ja noch eine Möhre. Guckt mal. Reingespillen. Oho. So, ihr Lieben. Hat es euch gefallen? Das war Petterson und Findus. Jetzt habt ihr es aber selber gesehen. So sehen sie aus. Das sind jetzt im Prinzip alle fünften Sachen des Hebelkreises. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, when Jesus Christ is born. Wir sind hier am Stand des Laienclub. Neben mir, Herr Dr. Förster. Was trägt der Laienclub noch hier auf dem Weihnachtsmarkt dazu bei? Ja, das Wichtigste ist ja unsere Tombola. Wir haben in diesem Jahr, sage und schreibe, 2300 Gewinne. Wir erhoffen uns einen erheblichen Überschuss, den wir sozialen Zwecken zugehen lassen. Alimenta Veranstaltungstechnik. Mit uns wird Ihre Idee zum Erlebnis. Chinabok. Ihr China-Restaurant in Schwetzingen. Bestellungen über Internet. Alle Speisen liefern wir Ihnen selbstverständlich auch frei aus. Giuseppe und Julia werden Sie nun mitnehmen auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Was tanzen Sie denn? Eine Polonaise und Menüets. Wir besuchen den Stand vom Restaurant Bellarmar und haben gehört, hier soll es die besten Würste geben. Warum gibt es bei Ihnen die besten Würste? Weil wir, wie Sie sehen, mit Holzkohle diese Würste grillen. Und das bringt auch guten Geschmack bei. Und unser Metzger gehört auch zu den besten Metzger in Rhein-Neckar-Kreis. Das war's. 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 sind, die kriege ich schon vorgearbeitet. Und was größere Figuren sind, ab 40 cm aufwärts, die mache ich dann selbst von Hand aus Lindeholz. Mediven-Kompressionsstrümpfe. Ab jetzt in Ihrem Sanitätshaus Rama. Wenn Zahnräder ineinander greifen. Aus der Region. Für die Region. Werbung auf Michael TV. Kontaktieren Sie uns. Anzeigen at Michael.TV. Sehen und gesehen werden. Werbung auf Michael TV.